offene türen lassen wärme und kälte entweichen wenn man im durchzug beim schloss und so weiter vermeiden will kann man einen türschlüssel sich anlegen ein solcher türwächter ist deshalb eine sehr sehr lohnenswerte anschaffung gerade bei zwei teiligen türschlössern für schwere türen kann man sicher nichts falsch machen es gibt auch noch andere modelle der hersteller burgwächter bietet ebenfalls eine sehr breite auswahl an verschiedenen türwächtern so dass sich die marke auf dem markt etablieren konnte und bereits in deutschland einen guten namen sich machen konnte wir haben uns das ganze mal angeschaut wenn ihr keine lust habt euch das video anzuschauen bis zum ende so könnt ihr unten unterhalb dieses videos in der video beschreibung nachschauen da haben wir noch mal zusammenfassend alle informationen reingepackt und den besten preis der vergleich gefunden haben dort inklusive link noch mal platziert wichtig beim kauf des burgwächter türschließers ist auf das türgewicht zu achten der hersteller gibt hier angaben an bis zu welchem gewicht eben das jeweilige modell geeignet ist im durchschnitt so haben wir gesehen verkauft sich relativ oft das modell das für ein türgewicht bis 80 kilogramm geeignet ist die allermeisten türen sind hier in dieser gewichtsklasse vertreten es gibt aber auch modelle für eine türbreite von bis zu 60 kilogramm 160 kilogramm oder noch mehr hierbei handelt es sich um türen die etwas schwerer sind wo dann auch ein solcher türschließer bzw türwächter eben besonders viel sinn macht die meisten modelle über dieses 80 kilogramm modell jetzt mal gesprochen mit einer türbreite bis 110 zentimetern ist ein hydraulisch gesteuerter türschließer der eben für ein sicheres und selbstständiges schließen der tür sorgt letztendlich bestens geeignet für den innenbereich die selbst montage hier ist sehr sehr einfach laut diverser kunden meinungen denn die montage einleitung kommt mit einer schablone daher die schließgeschwindigkeit lässt sich flexibel einstellen auch das hier sehr praktisch bei diesem modell und wir haben auch eine feststellvorrichtung die das ganze noch mal erleichtert der türschließer kommt mit gleichschiene daher 425 millimeter geeignet ist das modell wie eben erwähnt für türen bis 110 zentimeter und einem türgewicht bis 80 kilogramm dies lässt sich aber wie erwähnt eben auch beim kauf noch einmal auswählen so dass man letztendlich auch das passende modell findet und es lässt sich hier letztendlich sagen dass diese modelle des herstellers burgwächter alles mitbringen was man braucht gut verarbeitet das nötige befestungsmaterial insgesamt sehr hochwertig verarbeitet man sieht einfach das hier qualität eingebracht wurde wir haben ein festes und stabiles metall und ja das ganze verhindert letztendlich sehr gut das eintreten von zugluft dadurch dass die tür eben wirklich sehr gut abschließt und dieser burgwächter türschließer eben auch hydraulisch gesteuert ist weshalb wir letztendlich hier auch eine kaufempfehlung geben können denn das modell ist im wesentlichen ohne mängel wie viele kunden bricht man auch keine separate montageplatte in dabei ist unter dieses videos noch mal eine video beschreibung die infos und der link zum passenden angebot